Ich dachte gerade eben ganz kurz ich hätte was gehört Nachti Olli Es stürmt, es ist aber immer noch gefühlt 13 Grad, das heißt wir können das hier ohne Problem auseinander nehmen Immer noch gefühlt 14 Grad, so wir nehmen jetzt die Lackpolling mit Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Lackpolling früher eigentlich immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt Meiner Meinung nach inzwischen jetzt zu Unrecht, jetzt wo das mit der Lebensmittelvergiftung so drastisch zugenommen hat Ich habe dem Lackpolling Unrecht getan, er möge mir verzeihen Ich hoffe er wird meine Entschuldigung annehmen und in Zukunft unser Leben deswegen trotzdem wieder irgendwie leichter machen Vor allem wenn wir Bauchweh haben So, Vorbereitungen für all das, naja gut, das Gute ist, das frisst natürlich auch die Zeit Ist also auch Zeit, die wir sozusagen zu diesem Achievement mehr oder weniger hinzuaddieren Wenn wir die Sachen jetzt hier gerade eben alle so fröhlich sammeln Ja, Lackpolling, cool Ich werde so viel Lackpolling Tee machen wie ich kann So Das Holz, ah hier ist noch Holz, sehr gut Immer noch gefühlt 13 Grad Na, Zedernast Hacke, Hacke, Peter 12 Grad gefühlt Noch mehr Lackpolling, boah wie viel Lackpolling hier rumwachsen Das ist ja der Oberhammer So Sehr schön, sehr schön Noch mehr Zedernast Wo sind eigentlich die großen Zedernäste hin? Es gab doch auch mal welche, wo so affig viel, also bis zu 5 rausgekommen ist Ja, wenn man 5 jetzt mal so als affig viel definieren will, ne So Hier gibt es auch noch Hage Putten, die nehmen wir auch noch mit Wir fangen jetzt schon wirklich an, wirklich alles abzugrasen Wir haben noch 3 Stunden Tageslicht, das ist gut Das bedeutet, wir können auch noch das hier abarbeiten So Jetzt wird es schon langsam aber sicher dunkel Und für uns ist es Zeit, Richtung unser Haierbettchen zu marschieren Das Schlimme ist, wenn es jetzt irgendwie richtig schlimm nebeln würde, würden wir es gar nicht mehr sehen Kann ich eigentlich noch rennen? Sehr gut Das finde ich sehr gut Die Frage ist, wo ist jetzt der Bär hin und der Wolf? Egal Solange, ah da drüben ist der Wolf, ich sehe ihn schon Aber der Bär ist irgendwie gerade eben nicht mehr zu sehen Aber ich glaube, der ist auf jeden Fall da drüben weitergezogen Weiß der Geier, wo der hin Ah ne, der Bär ist da drüben Ich sehe ihn, ach du Kacke Sind also beide noch da Sind beide noch da Hoffen wir einfach mal Ja stimmt, alles random, ja Weißt du eigentlich, Mad Max, äh Ob alle Häuser, die abgebrannt sind, auch theoretisch random da sein können? Denn ich habe zum Beispiel in all meinen Versuchen das Spiel durchzuspielen Zum Beispiel bei, äh Oh Gott, wie heißt, wie heißt denn die Stelle nochmal im idyllischen Tal? Äh Skeeters Abhang Da habe ich noch nie ein Haus gefunden Bei dem, äh, ja Das nicht abgebrannt gewesen wäre Da waren bei mir immer alle Immer Alle zerstört Ist das normal oder habe ich da einfach nur Pech gehabt? Der Bär guckt so, als wäre er neugierig Ich hoffe, er ist nur neugierig Und nicht hungrig So, damit sind wir schon mal hier drin Gut, dann fangen wir doch schon mal an Hier mit den Kanonenofen zu beheizen Und dann können wir mal schon mal den Hasen, den wir schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen Hier so ein bisschen brutzeln Und eigentlich müssen wir dann am nächsten Tag schon anfangen Jetzt hier mit, äh, fröhlich Ja, Fische fangen Denn deswegen machen wir das Ganze ja hier, ne? Wegen den Fischen Äh, nein, wegen dem Achievement So, und hinein In das gute Dingenskürfens hier So Machen wir mal so ne 10 Stunden Kiste draus Wir sind auch ziemlich müde Erstmal essen wir was Müde und hungrig sind wir Jetzt haben wir mal zu bestimmten Lebensmittelvergiftung von Stacys Strauden, äh, Limo Das wäre jetzt noch der absolute Oberhammer an der Stelle So, wie viel Wasser haben wir eigentlich? Moment, wie viel Wasser haben wir noch dabei? Ich möchte jetzt auch noch Tees kochen Ich glaube, es könnte sinnvoll sein Nochmal so einen Liter rüber zu holen Und dann müssen wir natürlich jetzt ja auch noch ein paar Sachen wurzeln Okay, also du kennst es mal als total random mit den Häusern, alles klar Dann hatte ich bis jetzt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Pech, was das angeht So, Lackporling Machen wir noch ein bisschen mehr Lackporling-Tee Der muss ja zum Glück nicht heiß sein, damit wir ihn als Medikament nehmen können Wobei es bestimmt bekömmlicher ist, wenn er warm ist So, dass wir kommen, wir schaden natürlich, weil wir müde sind Nochmal ein glänzender Lackporling-Tee Es ist komplett dunkle, ey Selbst der Kanonenofen bringt kaum mehr irgendwie Boah, wie viel Tee wir herstellen können, das ist ja Hammer Die natürlichen Ressourcen des Waldes Kräuter-Tee, Dose, Kaffee Das lassen wir nochmal, das können wir Wobei, nee, wir könnten es eigentlich sogar schon Nee, das lassen wir nochmal So, haben wir noch Hunger? Nee, wir haben Durst vor allem Wir haben sehr viel Wasser verbraucht an der Stelle, stelle ich fest So, dann schlafen wir jetzt mal hier so unsere 8 Stunden Toi, toi, toi Ja, den Wärmebonus, genau So, jetzt haben wir Ja, wir sind noch nicht perfekt ausgeruht Aber wir können auf jeden Fall mal was essen und was trinken Und dann schlafen wir nochmal Sieht interessant gerade eben draußen aus Als ob es draußen gerade gar nicht so dunkel wäre Oh, da rannte gerade was vorbei Habt ihr das gesehen? Da ist gerade eben was vorbeigerannt Man sieht es jetzt bloß nicht mehr Ich will es auch ehrlich gesagt gerade eben nicht mehr sehen müssen Moment, halt, Moment, wie viel Dunkelheit? Noch 2 Stunden Ja, dann Tun wir auch genau die 2 Stunden schlafen Und dann machen wir uns mal an das Fisch fangen Habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht So, Mission Erste Nacht überstehen erfüllt Dann kommt jetzt der zweite Teil Warum denn hier die Schnüre Ich glaube, das habe ich da alles da reingetan Genau, so Eisloch Hacke bei Oh, wir könnten es auch theoretisch mit dem Hammer einschlagen Gut zu wissen Boah, der braucht aber auch echt lange, um das aufzuhacken So, Eisloch frei Ähm 5 Stunden Angeln wir mal 5 Stunden Man gönnt sich ja sonst nichts Ein Rohr Silberlachs 4 Kilo Ja gut, er verliert noch einiges an Gewicht Nochmal eine Forelle Oh, die könnte man fast wieder reinwerfen Aber wir lassen nichts verkommen Nochmal 4 Kilo Fisch Ich frage mich, ob es dafür auch einen Skill gibt Nochmal ein Silberlachs 4,86 Kilo Wir sind schon wieder ordentlich überladen Ist noch durstig 5,3 Kilo Fisch Cool Wieder ein Silberlachs Ein 4,4 Kilo Silberlachs Ähm, ich weiß es noch nicht, Leute Das hängt auch von euch ab Wie ihr Bock habt Muss ich ganz ehrlich gestehen So, ich würde mal sagen Das erste, was wir jetzt hier an der Stelle machen Ist auf jeden Fall Das, was wir jetzt geangelt haben Schon mal ein bisschen brutzelt Ich hoffe, dass der Fisch weniger gefährlich ist Für die Lebensmittelvergiftungskiste Als das Wolfsfleisch Würde ich persönlich sehr, sehr bevorzugen Ich weiß es, man kann sich mit allem vergiften Aber vorhin bei den, äh, wie war es 98% Lebensmitteln Sich gleich mal vergiften Das hat mir zu denken gegeben Definitiv So, wir garen jetzt erstmal fröhlich Oh, Moment, abbrechen Wir verdursten Das ist nicht so cool Das ist überhaupt nicht cool So Dagegen sollte man echt mal was tun Also ich denke, wir machen auf jeden Fall noch Keine Ahnung, eine Stunde Kann schon noch sein Hängt aber auch von euch ab Wenn ihr sagt quasi Nee, ist mir zu lang Dann ist es euch zu lang So Jetzt wird hier gebrutzelt Achso, wegen PP Genau, was heißt denn nicht PP? Powerplay? So Wir haben ordentlich Fisch Ja, das stimmt Aber nur wenn der Fisch natürlich nicht mehr frisch ist, ne? Also bei frischem Fisch Wenn du den gut gleich mal verarbeitest Also so die Innereien raus Und sofort brutzeln Dann ist eigentlich Fisch relativ ungefährlich Weil auch beim Fisch ist es Soweit ich weiß, so Zumindest bei den Also mir wäre nichts anderes bekannt Ähm Dass Wie soll ich sagen Der Fisch ist so Rein verwandtschaftstechnisch Von Menschen so weit weg Dass es eigentlich kaum Irgendwelche Schädlinge gibt Im Fisch, die direkt Auf den Menschen übergehen könnten Dafür sind wir einfach Zu unähnlich Was krass ist Wir können ja gerade eben schon Das Ganze gleich schon mal fordern Boah, 1000 Kalorien Fisch Wir sind satt Wir sind satt Achso, wegen Pinkelpause Ähm Ja, also Pinkelpause Kannst du im Grunde schon jetzt machen Gerade eben passiert ja nicht so viel Wir versuchen ja einfach Nur hier gerade eben Jetzt hier dieses Achievement zu machen Also ich werde jetzt gerade eben Wobei, ich muss rausgehen Demnächst mal Wir müssen kurz mal raus Wir müssen Holz holen Wir müssen Irgendwo müssen wir Holz herorganisieren So Ja, das kann man tragen Okay Mal schauen Ist alles cool da draußen Scheint so Okay Dann gucken wir mal ganz, ganz schnell da drüben Also Also ich glaube Wenn jetzt gleich wieder Nacht ist Dann Könnt ihr auf jeden Fall Kurz mal eine Pinkelpause machen Weil dann sitze ich sowieso bloß in der Ist der tot? Oder schläft der da, Leute? Seht ihr das? Da liegt ein Bär Ich weiß gar nicht, ob der schläft Oder ob der tot ist Ich weiß auch gar nicht Ob ich es ausprobieren will Boah Scheibenkleister Direkt neben uns wohnt der Bär So lange er nicht steppt Ist alles gut So, komm schon Hier irgendwo muss es auch Holz geben Kann doch wohl nicht angehen Dass es hier kein Holz gibt Ich frage mich echt Ob der Bär tot ist Okay Der ist nicht tot Also der schläft dann Demnach Einfach so Ist aber auch mal link Ne Ich habe auch gerade eben erst gesehen Dass da diese ganzen Knochen rumliegen Und dass es offensichtlich seine Höhle ist So Haus des Menschenfeindes Yeah Macht die Sache garantiert besser Dass das das Haus des Menschenfeindes ist Ein bisschen Holz Haben wir immerhin hier gefunden Wobei ich ehrlich gesagt Am überlegen bin Ob wir überhaupt So viel Holz brauchen Weil ich glaube Nachts brauchen wir das Holz Eigentlich gar nicht so sehr Ich bin echt überrascht Da liegt tatsächlich der Bär rum Ja Ich Alcreen Aber ich glaube Dieses Verhaltensmuster Hat die Evolution Dem Homo Sapiens Und zu dem zählt sich Steffen Dann halt doch noch irgendwo Ausgetrieben Das Das ist dann sozusagen Oh Gott der Wolf Der Wolf hat uns bemerkt Er rennt weg Na Na Oh Mann oh Mann Da drüben ist der Bär Und da ist der Wolf Könnte nicht schöner sein Echt nicht Dann ist das hier die Bärenhöhle Gut zu wissen Wusste ich jetzt auch noch nicht Ja Das Bärenwecken Nicht ungefährlich ist Glaube ich Ich Wenn ich jetzt total Auf Suizid drauf wäre Pfeil und Bogen nehmen Und einfach mal In den Podex schießen Und wegrennen So Haha Ja Speedkill Super Plan Wie war das nochmal Mit der bärigen Umarmung Ne So Wir haben jetzt hier nochmal Ein bisschen Holz gesammelt Ich glaube wir können jetzt eigentlich Noch 5 Stunden Tageslicht Ich glaube diese 5 Stunden Tageslicht Nutzen wir dann nochmal Um nochmal hier ein bisschen Zu angeln So der Plan Und wieder eine Regenbogenforelle Allerdings eine kleine Nochmal eine kleine Ja Forellen sind ja glaube ich Generell nicht die Größten Wieder ein Silberlachs 3,6 Kilo Ich glaube das Achievement war mit 5 Kilo Ne Aber ich hatte das Achievement ja schon Also wir hätten jetzt das Achievement dadurch Natürlich jetzt wieder bekommen Durch den vorherigen 5 Kilo Fisch 2 Kilogramm Fischlein Ich habe so das Gefühl Die stehen hier in der Reihe Und ziehen eine Nummer Wer von ihnen jetzt irgendwie Geangelt werden darf Haha So wir werden nochmal eine Runde Gleich mal hier Ähm Genau das hier machen Nochmal brutzeln Das Zeug muss ja verarbeitet werden Damit es nicht schlecht wird Ich trink nochmal was nebenher Und hoffe mal Dass wir das Achievement Relativ schnell hinbekommen Ich meine das Gute ist Wenn man die Zeit halt wirklich Mit solchen Sachen hier rumbekommen kann Ne Mit irgendwelchen Tätigkeiten Wie schlafen Und brutzeln Und Holzhacken Dann hat man so 3 Tage In dem Spiel halt auch schon mal Relativ schnell rum Anders sieht es halt aus Wenn man das nicht hat Also wenn man halt Die ganze Zeit wirklich nur rumläuft Dann können halt Die 3 Tage halt auch schon mal Spielfüllend werden Jetzt hoffe ich einfach mal Dass wir das hinbekommen Dass es jetzt hier funktioniert Weil ansonsten Also ich weiß Ich habe dieses Achievement Definitiv noch nicht Ich habe extra nochmal nachgesehen Ich erwarte Dass da Also Wirklich komplett draußen schlafen Das wäre echt hardcore Das wäre dann die nächste Stufe Des Wahnsinns Interessanterweise Habe ich das Gefühl Brauchen die Regenbogenforellen Gar nicht so lange Zum Brutzeln Wir haben jetzt 2 Stunden 6 Wie lange brauchst du? 6 Minuten bis Halbzeit 10 Minuten Brutzeln So ein Teil Okay Wieder was gelernt Wusste ich vorher auch noch nicht So einer noch Dann können wir glaube ich Wieder was essen Was trinken Und dann schlafen wir auch So Draußen ist schon wieder dunkel Ohne Ende Ach das wollte ich doch gar nicht Ohne Ende dunkel Nochmal 540 Kalorien Fisch Also die Fische sind auf jeden Fall Sehr effizient Also sie sind zwar auch schwer Aber sie sind effizient Im Moment haben wir irgendwas sehr kleines Das hier zum Beispiel So genau Trinken und schlafen Wobei Ne Moment Wir bräuchten mal wieder Wasser Ach von Maledeit Nochmal Wir brauchen nochmal Wasser Anderthalb Liter Geht alles von unserer Schlafenszeit runter Der Steffen sagt sich wahrscheinlich auch schon Oh kommt schon Warum Durst haben Wenn man schlafen kann